Hallo liebe Leute, wir sind hier bei Music Shake. Was ist Music Shake? Music Shake ist, wenn du ein Lied nimmst und du tust es zusammen mit einem anderen Stil aus dem Original und dann gibt es ein neues Lied. Vier Lieder von mir, Fire, War, Echo Me, Armor, vier verschiedene Musikrichtungen, Kraftwerk, Kraftklub, Crow and Bossos. Man nimmt ein Lied, das es gibt in eine Musikrichtung, du nimmst die Musikrichtung weg, tust in eine andere Richtung da rein und dann gibst du ein Music Shake. Jetzt seid ihr dann. Welchen Stil, welche Musik. Let's make the Music Shake.